In den Sommerferien gibt es wieder Familienspaß mit vielen Vorteilen und einem guten Zweck. Zahlreiche Partner unterstützen den Familienspaßpass mit großer Wirkung. Den Pass erhaltet ihr bei allen Partnern und an vielen Auslagestellen, wie beispielsweise der Stadthalle Cottbus oder dem Kaltin-Klinikum. Er kann für nur einem Euro bei der Erstnutzung eines der Vorteilsangebote aktiviert werden. Jeder Aktivierungseuro, der durch den Ferienspaßpass umgesetzt wird, fließt dann automatisch in gemeinnützige Vereine oder Initiativen der Region. Der Ferienspaßpass bietet für einen Euro 16 Vorteile. Zu den Attraktionen zählen unter anderem der Erlebnispark Teichland, die Lagune Cottbus oder auch der Kletterwald in Lüppen. Gültig ist der Pass vom 8. Juli bis zum 27. August. Untertitelung des ZDF für funk, 2017